Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Wissenschaftssendung The Big Thing. Ich hoffe, Sie haben eingeschaltet. Hier bei mir, bei Dr. Helge Schneider. Aber erst ein wenig Musikfieber. So, genug. Heute geht es um etwas ganz Besonderes, um die Erfindung des Kunststoff-Clowns. Es ist eine Miniatur eines normal großen Clowns, in Kunststoff gegossen, sehr schöne Arbeit mit blau, rot, weiß, schwarz, braun, grau. Das sind die Clowns-Farben und es ist eine sehr schöne handwerkliche Arbeit. Und Sie kommen aus Holland, aus den Niederlanden. Das sind die beiden Länder, in denen diese wunderschönen Clowns hergestellt werden. Wenn man also, sagen wir mal, sich ein schönes Leben machen will, dann stellt man sich so einen Clown ins Regal und immer wenn man da vorbeikommt, dann muss man irgendwie schmunzeln. Und das ist auch schon vorbei, die Sendung. Das war's für heute in der Wissenschaftssendung The Big Thing. Schalten Sie wieder ein, wenn Sie möchten. Dankeschön und erzählen Sie es weiter. The Big Thing mit Dr. Helge Schneider. Das war's für heute.